Die Aufgabe vom Java-Entwickler bei Dizzy ist, unser Produkt vor allen Dingen auch nach vorne zu bringen. Wir arbeiten mit GIS. GIS bedeutet viele Geometrie. Unsere Hauptprojekte sind JavaScript und Java-lastig. Hauptsächlich hat eben Geodatenverarbeitung und Aufbereitung. Wenn die Leute hier mit neuen Technologievorstellungen reinkommen, dass die die ins Produkt mit einbringen. Die meisten Aufgaben macht man eigentlich alleine, aber man hat immer seine Kollegen außenrum sitzen und kann jederzeit nachfragen. Nachfragen, offen sein, das ist so das Wichtigste. Wir haben unterschiedliche Meetings, wo wir miteinander diese neuen Technologien teilen. Da kriegt man wirklich auch Themen mit, auf die man normalerweise im Berufsalltag keinen Kontakt zu hätte. Dass man Homeoffice machen kann. Da wird hier in der Firma schon ziemlich viel geboten und auf die Mitarbeiter eingegangen. Wir haben unseren Arlaubstag, an dem wir neue Sachen ausprobieren können. Wir lachen sehr viel. Wir lachen immer. Ich bin sicher, dass wir dich jetzt begeistern konnten für Dizzy und jetzt bin ich gespannt auf deine Bewerbung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.